Der Moment des Spiels aus St. Pauli Sicht, diese Energieleistung von Sören, wie hast du denn das gesehen? Ja, wird angeschossen im Zweikampf, kriegt den Ball gegen das Schienbein, dann rollt er vor und Sören läuft hinterher. Dann fällt, glaube ich, einer von Ingolstadt um, an dem Sören vorbeiläuft. Und hat Sören Glück, dass Basti ihm gleich den Ball wieder gut in den Fuß spielt. Dann stolpert Sören nochmal und ich glaube, dann durch den Pressschlag kommt der Ball irgendwie ins lange Eck, ins Tor. Ein typischer Gonta, glaube ich.